Du kannst dich halt oben halten sonst. Ah, okay. So steigen, genau. Und jetzt kannst du dich zurückziehen. Gut, Stefanie. Jetzt hörst du mal einen schwarzen Griff. Minst es ist einer. Okay, eine, ja. Jetzt gehst du eine Treppe runter. Einer runter. Ja. Jetzt hinsetzen. Okay. Gut, Stefanie. Ein bisschen einen kleinen Ruck. So. Die filmt schon. Jetzt lässt du dich mal zurückziehen und lass dich mal los. Okay, super. Liegst du gut so? Ja, komm ich da rein. Okay, gut. Lassen wir doch ein bisschen hoch. Alles gut. So ist es gut, ne? Ja, alles gut. Also, Stefanie, wenn du so runter saust, streck dich auf dem Weg runter. Ja, aber dann kann ich mich ja hier festhalten. Das macht gar nichts. Ja, musst dich ja oben halten bis zur Stabilität. Ja, okay, komm ich dran. Spätestens, wenn du über die letzten Bäume fährst vor der Station, wieder festhalten hier. Okay, halte ich, ja. Dann, wenn die Bremse kommt, sofort nach links schauen. Ja. Links da, wo die Bäume sind. Dann geht's jetzt los. Okay. Drei. Zwei. Los. Juhu. Wohooo. Zwei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.